Servus ihr Lieben! Mittlerweile kann ich schon mein freier Abend genießen. Heute war ich bei einer sehr netten Familie zu Besuch und die mich beauftragt hatten, bei ihrem neu erworbenen Haus den kompletten Garten zu roden, sprich alte Wurzelwerke zu entfernen, einen kleinen alten Pool, einen Polyesterpool vom Vorbesitzer auch auszugraben und zu entfernen und einen neuen Poolaushub zu machen. Der Poolaushub hatte 7x4,5x1,9 Tiefe, also ein ziemlich großer Aushub. Dafür brauchten wir auch schweres Gerät. Zu guter Letzt haben wir dann noch eine Rollierung vorbereitet, so dass der Poolbau starten kann. Ich wünsche der Familie viel Erfolg mit ihrem Projekt und euch wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.